So, ah, das war doof. Ich hätte gleich rechts rüber gehen sollen. Ah, das ist schlecht gewesen. Ja, das ist ja, die Runde fängt ja super an. Komm, Hund, bring mich einfach um. Ich möchte das Level neu starten. Das war echt schlecht. Oh, eine Taschenlampe, ne? Brauche ich aber gar nicht. Fällt mir gerade so ein, weil irgendwie ist es in dieser Scheune so dunkel. Also, da, äh, die Scheune halt, die da ist, die ich in der Preview gezeigt hatte, ähm, jetzt da nicht, weil jetzt möchte ich ja zeigen, wie gut ich Kühe schubsen kann. Okay, der Hund kommt. Die nehme ich hier noch mit. Oh, er kommt direkt auf uns zu. Das meine ich, würde er uns jetzt den Weg abschneiden, wäre das viel cleverer von ihm. Macht er aber nicht. Er ist ein schlechter Wachhund. Scheiße. Im Gegensatz zu seinem Kollegen auf dieser Weide. Aber vielleicht auch nicht wirklich schlau von mir. Aber okay. Okay. Das Knurren hört sich so krass an. Krass an. So. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel rede, aber es ist echt, äh, schwierig beim Spiel zu reden, weil man sich so saunäßig konzentrieren muss. Auf Geräusche und so weiter kommt der Hund, kommt der Hund noch nicht. Ich dachte eigentlich, dass da links noch eine Weide ist, aber nein. Ist hier überhaupt noch eine? Ist hier überhaupt noch eine? Die eine? Hallo? Oh, komm schon. Diese Kackhaufen. Oh, das ist so eklig. Oh, der schnarrt so krass, ey. Das ist echt, das hört sich echt geil an. So. Oh, ich mag die Kühe. So. Die sind eigentlich voll cool. Die sehen auch alle voll süß aus, wenn sie so umfallen. Dann ist auch fünf Stück. Zwei Minuten müsste eigentlich zu schaffen sein. Alter, war das knapp! Die blöde Drecksau! Die kam einfach genau da rechts raus. Die Maus hängt fest. Boah, wie scheiße dieses Vieh ist. Da hinten ist noch eine. Sonst ist hier keine mehr. Ah doch, ist auch noch eine. So, schnell weg hier. Zwei brauchen wir noch. Was ist denn? Ich habe es leider nicht gesehen. Vielleicht ist das auch gut so. Hä, war ich hier auf der Weide noch gar nicht? Scheinbar war ich hier wirklich noch nicht. Okay. Interessant. Vorletztes Level schon. Schade. Aber wahrscheinlich wird es jetzt... Ja, okay, 31. Wahrscheinlich wird es jetzt noch mal richtig krass. Ich fände es immer noch cool, wenn man die Kühe auf den Hund schubsen könnte. Wer weiß nicht, irgendwie... Fände ich das ganz lustig. Ja. Mein Hund ist böse. Der will uns fressen. Ich habe hier immer Angst, dass ich in die Kacke trete. Und das, ähm... Dass das Schwein genau dann, äh... Gerade am Gatter ist, wenn ich vom Hund pflichte. Ich habe gehofft, dass es funktioniert. Aber nein, hat es nicht. Blöderweise. Gut. Komm schon. Das war knapp. Okay, er kommt noch nicht. Manchmal knurrt er ja schon zwischendurch mal. Diesmal traurigerweise nicht. Schade. Scheiße, ich habe die Orientierung verloren. Uh. Oh, der Hund. Der Hund ist so böse. Irgendwann hasse ich Hunde. Wirklich, wenn das so weitergeht. Wenn in jedem Spiel einfach immer böse Hunde sind. Scheiße. Ah, so eine Kacke. Ah, Mist. Ich habe das Gatter nicht aufbekommen. Weiß nicht. Manchmal... Manchmal funktioniert es einfach nicht mit dem Gatter. Wann, wahrscheinlich bin ich einfach so blöd. Aber gut. Okay. Okay.